hallo liebe leute wie geht es wie steht es willkommen bei mario kart für die v part 2 ich habe im letzten part noch ja alles gut gemacht ich entschuldige mich für das ende das ein bisschen doof rausgekommen und ja wir beenden jetzt dann noch in diesem part dann die sind europäer nur wegen aussetzer bin ich jetzt gerade 12 da fixe euch ja nein 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 das ohne mich und mir hatte ich schon ewig nicht mehr also ja heute habe ich mir gar kein thema ausgedacht so wie letztes mal nicht und ja so werdet ihr alle klein habe ich gesagt haben wir nix haben wir nicht gerade fliege das jetzt ich bin jetzt da nicht zuerst das gibt es ja nicht nee du fucking goomba nee ich bin immer richtig zwölfter jetzt sind das sogar baby mario ist letzter und ja ja das letztlich ja mario kart für die wie das wird glaubt auch willi let's play bei seinem er wird auch großartig machen die mögliche modien so okay nachdem ich aktiviere ist bei nämlich hier jetzt jetzt wo ich probleme habe ich habe mich ans andere ende ja 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 war das schön so letzte runde jetzt jetzt habe ich euch alle noch gerne nehmen juhu ich habe total getroffen dischi aber habe ich überholen lassen so dass denn auch nicht den teilen ich sicher werden werde ja schon so kommt schon du schaffst dann hat es noch überlebt sagt man dazu das er hätte das sehen müssen ja ja ich nehme ja auch stumm kopf steht das wort das denn wenn wir zum nächsten rennen und das entscheidende wohl ich muss vor cooper und vor steht nicht diese bahn von regent etwa ja das hätte ihm nicht passieren sollen so jetzt bin ich wieder im rennen leute so wichs mich und ja wie kannst du das noch verpassen so hallo hier hat es nur platz für einen sorry ja das wort vorauszusehen steht das hat habe ich verpasst ach komm schon nur weil ich etwas verpasst habe habe mich schon drei überholt der luigi hat nichts verpasst da habe ich nicht überholt so jetzt nehme ich mal power und ihr seid alle da und ihr allein nein nein ich komm schon nee nee das ist jetzt voll unfair ja klar der eigentlich legt mich noch nee 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 das darf nicht sein aber das ist jetzt wirklich unverschämt nein 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 ihr könnt mich doch nicht für dumm verkaufen das rennen wir haben mich glaube ich jetzt gelaufen nur in so einem scheiß alter bin ich jetzt ganz hinten so dass er mich jetzt beim match euch das macht trat da pater ratt der tat darunter tat da tat da ich denke für mein leben gern egal wenn ich mich denken kann was meint ihr dazu schreibt in die kommentare kann sie da hinter mir so ich bin wieder erster letzte runde was haben die anderen und ich noch zu bieten nein was macht dieser scheiß denn auf der piste naja der ente hatte wohl nur noch den scheiß nie kommt schon nee nee da kann ich ja was rennen glatt vergessen shit 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 damit verabschiede ich mich und ja bis zum nächsten mal bei mario kart für die ihr könnt ihr noch die siegesprämie schauen ich gewonnen nee ich bin wieder in bei bis zum nächsten mal bei